Die Gruppe der Welt Die Welt des Waldameisen besteht aus mehreren Arten. Die meisten von ihnen bewohnen die Bergwälder und deren Lichtungen. Nachdem sie die langen Wintermonate unter dem Schnee verbracht haben, nützt ein Teil der Ameisen die ersten wärmeren Tage, um auf den Gipfel ihres Ameisenhaufens zu steigen und dort ein angenehmes Sonnenbad zu nehmen. Es handelt sich ausschließlich um Arbeiterinnen. Sobald sie sich wieder gut erwärmt haben, kehren sie nach unten zurück, um den Rest der Gruppe zu wecken. Jeder Ameisenhaufen stellt eine Gesellschaft von manchmal über 100.000 Insekten dar. Hauptsächlich Königinnen und Arbeiterinnen. Die jüngsten von ihnen bleiben im Ameisenhaufen, die älteren hingegen arbeiten draußen. Eine der Hauptbeschäftigungen dieser alten Arbeiterinnen besteht darin, ihren Wohnort zu vergrößern und einzurichten. Ununterbrochen schleppen sie verschiedenes Material wie zum Beispiel Tannennadeln oder kleine Äste an. Auch schwerere Zweigchen schrecken sie nicht im Geringsten ab. Wenn es nicht anders geht, machen sich eben mehrere Ameisen an die Arbeit. Was natürlich nicht heißt, dass diese Zieharbeit immer harmonisch vor sich geht, wie man sieht. Aber nicht nur draußen tut sich etwas. Die Oberfläche des Ameisenhaufens ist mit dem Inneren durch eine ganze Reihe von manchmal bis unter den Waldboden führenden Gängen verbunden. Dort wohnen eine oder mehrere Königinnen mit einer Armee junger Arbeiterinnen, die sie zu versorgen und zu pflegen haben. Diese Arbeiterinnen im Haufen kümmern sich ebenfalls um die von den Königinnen gelegten Eiern, dann um die Larven und schließlich um die Puppen, in denen die kommenden Ameisen ihr Wachstum vollenden. Jedoch sind die Bauten der Ameisen kein von der Außenwelt abgetrennter Staat. Jeder Bau steht mit der Natur durch ein oder mehrere Wege in Verbindung. Manche dieser Wege sind gut sichtbar, da der Verkehr, durch den diese entstanden sind, sehr rege war. Es handelt sich um richtig gehende, einspurige Autobahnen, auf denen es keine Unfälle gibt. Die zum Außendienst bestellten Ameisen benutzen diese ununterbrochen, um in der Umgebung zu jagen und ihre Beute in den Bau zu bringen. Ameisen spielen in der Natur eine sehr bedeutende Rolle, unter anderem, weil sie eine große Anzahl an Raupen, Spinnen und Insekten aller Art fangen. Bei jeder Arbeit handelt es sich um das Tragen von Ästchen oder Beute, entwickeln die Ameisen eine völlig außergewöhnliche Kraft. Untersuchungen haben ergeben, dass sie imstande sind, Objekte, die über das 60-fache ihres Eigengewichtes betragen, wegzuschleppen. Die Beute wird so bis in das Innere des Baus getragen und dort zerteilt und gefressen. Noch etwas Erstaunliches. In manchen Jahreszeiten scheinen die Zweige der Fichten und der Tannen die Ameisen besonders anzuziehen. Ganze Heerscharen erkundschaften aufmerksam einen Zweig nach dem anderen. Was suchen sie? Die da. Eine wuselnde Läusefamilie, die den Saft des Zweiges, auf dem sie sitzt, saugt. Groß sind sie ja nicht, diese Läuse. Knappe zwei Millimeter, was die Größen anbetrifft. Aber die Ameisen sind ganz verrückt nach ihnen. Nicht jedoch, um sie bei der erstbesten Gelegenheit zu fressen. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Sie beobachten sie und schützen sie gegen andere Feinde. Kurz und gut, sie passen auf sie auf, wie ein Schäferhund auf die Schafe. Denn das, was sie interessiert, ist dieser kleine glänzende Tropfen, den die Läuse fast ständig ausscheiden und den man Honigtau nennt. Dieser Honigtau besteht aus reinem Zucker, eine der Lieblingsspeisen der Ameisen. Dieser erstaunliche Sirup stellt mehr als die Hälfte ihrer Nahrung dar. Wenn das Wetter sehr schön wird, erscheinen die ersten fliegenden Ameisen. Es handelt sich um die sichtlich größeren und schwereren Männchen und Weibchen des Staates. Sie werden den Bau, in dem sie geboren sind, sehr bald für immer verlassen und sich ringsum verstreuen. Kurz darauf treffen sich Männchen und Weibchen wieder zur Begattung. Daraufhin ist jedes Weibchen in der Lage, einen anderen Ameisenstaat etwas weiter entfernt zu gründen. Jeder Raubvogel, wie zum Beispiel ein Falke oder ein Bussard, benötigt, um seinen Rang als Jäger behaupten zu können, eine perfekte Jagdausrüstung. Als erstes ein hochentwickeltes Augenpaar. Dieses nimmt einen Großteil des Kopfes ein. Seine Augen ermöglichen ihm, ein großes Gebiet zu überblicken, und insbesondere mit einer teuflischen Genauigkeit die geringste ungewöhnliche Bewegung, ganz dort hinten im Feld, hinter dem Grasbüschel, einer Feldmaus auszumachen. Als zweites natürlich der Schnabel, um seine Beute zu zerreißen. Letztlich seine kräftigen Füße mit ihren beeindruckenden Krallen zum Fangen und Töten der Tiere, die sich haben überraschen lassen. In Anbetracht dieser Waffenausrüstung scheinen die Nagetiere, Hauptbestandteil der Ernährung der Bussarde und Falken, ziemlich bloß dazustehen. Ihre einzige Verteidigung besteht darin, so schnell wie möglich zu verschwinden und ihre Beschäftigung unter der Erde weiterzuführen. Solange ihre Erzfeinde ruhig oben im Himmel ihre Kreise ziehen, haben die Feldmäuse nichts zu befürchten. Die Raubvögel spielen lediglich mit dem Wind, ohne an irgendeinen Angriff zu denken. Hockt sich jedoch einer der Gauner, so wie hier, von Weitem sichtbar auf einen Draht, einen Pfosten oder einen Baum, mit Blick auf die Wiesen, so muss man auf der Hut sein. Denn das heißt, dass sie auf der Jagd sind und ihre Beute schon fest ins Auge genommen haben. Manchmal jedoch wird dieser Beobachtungsposten durch eine andere Jagdmethode ersetzt, das Spezialgebiet des Falken. Er steht in der Luft. Die Nase gegen den Wind, mit nur unmerklich zitternden Flügeln, scheint der Vogel tatsächlich in der Luft zu schweben, bevor er sich auf seine Beute herabstürzt. Auch Bussade benutzen diese Technik, aber nicht zu oft. Feld- und Waldmäuse können sich nur noch auf ihre Reaktionsgeschwindigkeit verlassen, wenn sie nicht, wie diese hier, einen Höhenflug, jedoch ohne Rückflug unternehmen wollen. Die Reise des Bussards oder des Falken endet auf einem Beobachtungsposten oder, etwas abseits, auf einem großen Baum, auf dem sich ihr Nest befindet. Dort verzehren sie dann genüsslich ihre Beute. Jedes Bussardpaar zieht zwischen zwei und fünf Junge auf. Zu Beginn werden sie mit kleinen Fleischstückchen der toten Feld- und Waldmäuse von Schnabel zu Schnabel versorgt. Etwas später begnügen sich die Eltern damit, ihre gefangene Beute im Nest abzugeben. Manchmal häuft sich die Beute an, was nun wieder die Mücken der Umgebung erfreut. Dies jedoch verdirbt den jungen Bussarden keineswegs den Appetit. Dann und wann unterbrechen sie ihren Mittagsschlaf, um irgendeine Maus mit mehr oder weniger Leichtigkeit zu verschlingen. Der Falke begnügt sich mit dem alten Nest einer Krähe oder Elster, selbst wenn es etwas wackelig ist. Die Kleinen sind oft zahlreich und kommen wie alle Küken der Raubvögel mit weißem Pflaumen auf die Welt. Es kommt aber auch ausnahmsweise vor, dass nur ein Vogel aus der Brut schlüpft. Für ihn ist das natürlich eine gute Sache, denn die Eltern brauchen nur ein Junges zu versorgen, verhungern wird er also ganz bestimmt nicht. Die Versorgung geschieht immer über den Luftweg. Nur die Mutter bringt das Futter. Wie alle kleine Bussardküken wird der junge Vogel zu Beginn mit klitzekleinen und achtsam verteilten Fleischstücken ernährt. Der Vater kümmert sich nur um die Jagd und bringt die Beute dem Weibchen. Nach zwei Wochen und einigen Mahlzeiten haben die jungen Bussarde sich bereits stark verändert. Anstelle des weißen Pflaums haben sie nun ihre ersten richtigen Federn. Man sieht sie nun immer häufiger am Nestrand, auf beiden Beinen, mit einem wachsenden Interesse für ihre Umwelt. Die Entwicklung ist natürlich der des Faltenpaares identisch. Ausschließlich das Weibchen bringt die Nahrung ans Nest. Aber auch dieses kommt nun nur noch in Windeseile vorbei. Ein kleiner Unterschied besteht jedoch zwischen Falke und Bussard. Die Falken besitzen die seltsame Angewohnheit, die Köpfe ihrer Opfer vom Rumpf zu trennen, bevor sie diese in das Nest bringen. Aber da das beste Stück ins Haus gebracht wird, ist der Konsument keineswegs verärgert. Er versteht sich schon lange darauf, sein Mäuseschnitzel selber zu zerlegen. Einen Monat nach der Geburt der jungen Bussarde und Falken sind die Augen, die Flügel und die Krallen bereits zum Gebrauch bereit. Dank dieser werden die Jungen 14 Tage später ihr erstes Opfer erbeuten. Die Geräuschwelt der Natur ist meistens vom Gesang der Vögel bestimmt. Sie sind die unbestreitbaren Meister aller möglichen Tonleitern. Jedoch kann man auch hier und dort noch lautere Wesen finden. Teiche und Tümpel sind im Frühjahr der Treffpunkt hervorragende Orchester. Ihre Mitglieder gehören zur Familie der Lurche. Während der warmen Frühlingstage jedoch überfällt manche Frösche, die sonst eher ruhige Sonnenbäder vorziehen, ein seltsames Fieber. Die Männchen geben auf ihre Art ihre Liebeserregung kund. Sie singen, indem sie ihren Gesangssack aufblasen. Es handelt sich um ausdehnbare Taschen, die sich bei jedem Ruf mit Luft füllen. Ziel dieser Ton- und Bewegungsintensität ist die Weibchen. In der Umgebung anzuziehen und zu erobern. Das Konzert dauert von morgens bis abends. Manchmal hört es kurz auf, setzt aber umso schöner wieder ein. Auch der Sonnenuntergang unterbricht es nicht. Aber nach und nach werden ihre Stimmen durch die einer anderen Musikgruppe ersetzt. Es ist viel schwieriger, diese Musiker zu entdecken. Zuerst einmal, weil es sich um Nachttiere handelt und weil ihr Gesang von überall und nirgends zu kommen scheint. Sitzen sie auf dem Wasser oder im Geäst? Noch dazu hassen sie es, während des Gesangsunterrichtes gestört zu werden. Nähert sich ein Bewunderer, hören sie sofort auf. Hier haben wir endlich die Verantwortlichen dieses Lärms. Es handelt sich um kleine Kröten, die sogenannten Kreuzkröten, die friedlich warten, bis es wieder still wird, bevor sie weitersingen. Schäuptisch BIRDS CHIRP Auch dieser Sing-Sang dient dazu, die Weibchen anzuziehen. Die Männchen halten kurz mit dem Gesang inne und laufen den Weibchen eifrig hinterher. Diese allgemein angespannte Aufregung wird immer größer und weckt nach und nach auch andere Tümpelbewohner, die mitmachen wollen. Ihr sehr lauter Gesang scheint eher von den Erlen als vom Wasser zu kommen. Tatsächlich lebt zwischen den unteren Zweigen dieser Bäume ein sehr charmanter kleiner Frosch, der es wie kein anderer versteht, sich zwischen den Blättern zu verstecken, sodass ihn niemand entdeckt, wenn er aufhört zu singen. Die Laubfrösche sind die einzigen Kletterlurche ganz Europas. Die meiste Zeit sitzen sie irgendwo in der Höhe. Im Unterschied zu anderen Lurchen besitzen sie lange Gliedmaßen mit kleinen, saugnapfähnlichen Zehen, die ihnen ermöglichen, die unglaublichsten Zirkusstücke vorzuführen. Aber lassen wir sie in Ruhe, denn heute Abend ist das Fest in vollem Gange. Sie brauchen ihre ganze Energie, um bei diesem fröhlichen Sing-Sang mitzumachen. Die Laubfrösche Das Konzert wird, von einigen kurzen Unterbrechungen abgesehen, die ganze Nacht dauern. Kurz vor Sonnenaufgang verschwindet jede Kröte wieder in ihrem Loch und die Laubfrösche hinter ihrem Binsenblatt, um sich bis zum Einbrechen der folgenden Nacht vor dem Licht zu schützen. Oft herrscht während der Herbstnächte in unseren alten Wäldern eine große Aufregung. Die verliebten Rothirsche werden in der Brunftzeit immer lauter. Bei Tageslicht können wir die Fährten der Hirsche auf dem Boden besser sehen. Sie geben uns ihre geheimen Wege an. Mit etwas Glück und vor allem mit viel Geduld können wir sie vielleicht überraschen. Nach dem nächtlichen Rausch kehrt die Stille wieder ein. Aber die Langsamheit und Eleganz der Bewegungen ist trügerisch. Jedes Tier ist ständig auf der Hut. Es horcht auf das kleinste Geräusch und wittert jeden ungewöhnlichen Geruch. Das älteste Weibchen führt vorsichtig das Rudel. Die Männchen und die jüngeren Weibchen mit ihren Jungen vertrauen ihre großen Lebenserfahrungen. Wenn keine Brunftzeit ist, leben die Hirsche vom weiblichen Rudel getrennt. Im Herbst natürlich versuchen sie sich zu nähern und der Wettbewerb zwischen den jüngeren und den älteren Hirschen wird immer heftiger, dass sie die Gunst der weiblichen Tiere erhalten wollen. Manchmal beginnt die Brunft schon lange vor dem Sonnenuntergang und das laute Röhren der Hirsche erfüllt den ganzen Wald. Die meisten der großen Rothirsche leben auf einem kleinen Gebiet, auf das sich kein anderer Konkurrent wagen darf. Mit lauter Stimme gibt jeder Hirsch seinem Besitzanspruch Ausdruck und versucht so lange wie möglich der Herr des Ortes zu bleiben. Musik 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 Dann und wann durchklären die weiblichen Tiere sein Gebiet. Der dort lebende Hirsch versucht sie in seiner Nähe zu halten. Haben sie sich aber anderweilig entschieden, bleibt er lieber an Ort und Stelle und führt seinen Liebesgesang fort. Die jungen männlichen Tiere besitzen kein Gebiet. Immer wieder greifen sie die alten Hirsche an. Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Der Herr des Ortes faucht seinen Rivalen kräftig an und wenn nötig geht er auf ihn los, um ihn zu vertreiben. Mit den ganz jungen Tieren klappt es ausgezeichnet. Kurz und bündig verschwinden sie wieder. Sind sie jedoch ungefähr gleich stark, kämpfen die Hirsche miteinander. Diese Kämpfe sind wild und gleichzeitig harmlos. Ziel ist lediglich, den anderen zu vertreiben. Das Geweih dient insofern nicht dazu, den anderen Hirsch zu töten. Der Besiegte zieht davon, natürlich etwas erniedrigt, aber lebend und bereit sein Glück anderswo zu versuchen. Diese Begegnungen finden manchmal in Anwesenheit der weiblichen Tiere statt, die jedoch nicht im Geringsten darauf achten. Man kann ihnen noch so lange den Hof machen und laut schreien. Sie haben für dieses Hin und Her nur Verachtung und gehen ruhig ihren eigenen Beschäftigungen nach. Ende Oktober wird es langsam wieder stiller. Die weiblichen Tiere bilden nun große Rudel. Die Hirsche hingegen suchen allmählich allein oder in kleinen Gruppen ihr Winterlager auf. Heute nehme ich dich zu einer Bergwanderung mit. Hopp, Einsatz und wir sind im Frühjahr. Die Natur wacht eben erst auf und die Murmeltiere schauen zum ersten Mal wieder aus dem Haus. Während der ganzen Kältezeit bleiben sie in ihrem Bau. Von Oktober bis April schlafen sie tief und leben geradezu im Zeitlupentempo, vor Kälte und Schnee geschützt. Wie wissen sie, die unter der Erde leben, dass es Zeit ist aufzuwachen? Weiß Gott, aber sie wachen auf. Die ersten sonnigen Tage locken sie aus dem Winterschlaf. Faul liegen sie auf den Felsen und genießen stundenlang die Sonne. Im Frühjahr durchstreifen unsere Murmeltiere endlos ihr Gebiet. Sie sehen etwas schwerfällig und plump aus, doch in Wirklichkeit sind sie sehr gewandt und bewegen sich mit Leichtigkeit von Fels zu Fels. Während dieser kleinen Spaziergänge markieren die Murmeltiere die Grenze ihres Gebietes, indem sie sich die Wangen am Felsen reiben. Dies hinterlässt einen Geruch. Gerüche und Geruchssinn spielen im Leben unserer Freunde eine sehr wichtige Rolle. Anstatt sich bei ihren Begegnungen wie sonst auf der Welt Geschichten zu erzählen, verbringen die Murmeltiere sehr viel Zeit damit, sich zu berühren und von vorne bis hinten zu beschnüffeln. Sie tun dies, um sich zu erkennen und sich miteinander zu verständigen. Dies ist in jeder Familie so. Eine Murmeltierfamilie besteht aus dem Vater, der Mutter, den Jungen dieses und des letzten Jahres. Weißt du aber auch, dass Murmeltiere sehr gerne spielen? Sind sie guter Laune, gefällt es ihnen, aufgerichtet miteinander zu ringen und zu versuchen, den anderen zu Fall zu bringen. Die Murmeltiere sind nicht besonders furchtsam. Natürlich darf ihnen der Mensch nicht zu nahe kommen. Ein verlassenes Chalet kann unter Umständen mehreren Familien als Haus dienen, so dass sie nicht einmal mehr einen Bau graben müssen. Was frisst eigentlich ein Murmeltier? Ganz einfach. Gras. Dieses gute, saftige Gras, das überall im Gebirge zu Beginn des Sommers wieder wächst. Einen Großteil ihrer Zeit verbringen sie damit, teils auf allen Vieren, teils im Sitzen, ruhig zu grasen und eine ansehnliche Ration zu verschlingen. Erst Anfang Juli haben wir die Möglichkeit, die neugeborenen Murmeltiere am Baueingang zu sehen. Du findest, dass sie schon ziemlich flink aussehen? Das ist keineswegs erstaunlich, denn sie wurden vor bereits 40 Tagen geboren und ihre Mutter hat sie ganz tief unten im Bau gesäugt. Wie alle jungen Tiere denken die Murmeltiere nur an Spiel und Essen, ohne auf die Gefahr zu achten, die auf sie lauert. Und Gefahren gibt es doch einige. Zum einen der Mensch, zum anderen der Königsadler, der sie frisst. Zum Glück wissen die Murmeltiere, wie sie sich verteidigen können. Sie besitzen ausgezeichnete Augen und schlagen daher bei der kleinsten seltsamen Bewegung Alarm. Die lauten Pfeiftöne machen alle Murmeltiere in der Umgebung auf die Gefahr aufmerksam. Sie halten inne und bleiben auf der Hut. Wenn die Pfeiftöne anhalten, beeilt sich unsere kleine Gesellschaft im nächstgelegenen Bau, Unterschlupf zu finden. Dies ist der einzige Ort, in dem ihnen niemand etwas tun kann. Das letzte Tier, das verschwindet, ist oft das, das die Gefahr erkannt hat. Manchmal dauert es ein oder zwei Stunden, bis die Murmeltiere wieder herauskommen und ihre unterbrochene Beschäftigung erneut aufnehmen. Egal welches Ziel sie bei ihrer letzten Wanderung auf dem Land gewählt haben, sie sind wahrscheinlich ganz, ganz nahe an einem Wildtier vorbeigegangen, ohne es bemerkt zu haben. Wenn ich ihnen jedoch sage, dass es sich hierbei um eine Schlange handelte, ist ihnen das eher gleichgültig. Ja, vielleicht handelte es sich sogar um eine Otter, die sich dank ihrer Tarnfarbe am Wegesrand versteckt und unbeweglich daliegt. Schlangen sind tatsächlich ziemlich faul. Sie machen keinen Lärm, lassen sich kaum blicken, bewegen sich langsam und schlafen ruhig in der Sonne. Sie fliehen nur, wenn die Gefahr zu groß ist und es unbedingt notwendig wird, den Standort zu wechseln. Ihr Versteck ist auch meistens nicht sehr weit entfernt. Dort sind sie dann in Sicherheit. Es sei denn, dass irgendein Neugieriger es wie heute anders will. Unser Auflauern dient dazu, diese sympathischen, fußlosen Tiere etwas besser kennenzulernen. Ihr vollkommen trockener Körper, vom Maul bis ganz an das Schwanzende, besteht aus kleinen Hornschuppen, die geometrisch angebracht sind. Die Hornschuppen auf dem oberen Teil des Kuppers haben die Form eines gestreckten Rechtecks und liegen wie Ziegel übereinander. Ihre unterschiedliche Färbung ergibt das Gesamtmuster des Tieres. Die Hornschuppen auf dem Bauch sind größer und liegen quer. Diese geschickte Anbringung ermöglicht dem Tier, die kleinste Unebenheit des Bodens auszunützen. So wie wir neue Schuhe kaufen, wenn unsere Füße wachsen, so wechselt die Schlange mehrmals im Jahr die äußerste Hautschicht. Manchmal findet man in den Hecken oder im Gras, wo die Schlange sich gerieben hat, das Überbleibsel dieses seltsamen Vorgangs. Auf dieser abgestreiften Haut sieht man ganz deutlich die Abdrücke der einzelnen Hornschuppen, bis hin zu den Kopfschuppen, die sogar über das Auge reichen. Diese durchsichtige und unbewegliche Hornschuppe ersetzt unser Augenlid. Das heißt, dass die Schlange, selbst wenn sie schläft, niemals die Augen schließt. Wir nutzen diesen Augenblick, um sie uns etwas näher anzusehen. Der Unterschied zwischen Nattern und Ottern ist eindeutig. Die Pupille der ersten ist rund, die der Ottern ähneln der einer Katze. Die Pupille sitzt senkrecht und ist je nach Licht mehr oder weniger offen. Hat man den Mut und will man es ganz genau wissen, mit wem man es zu tun hat, so muss man sich die Kopfschuppen ansehen. Sind sie klein und zahlreich, handelt es sich um eine Otter. Achtung also! Sind es aber nur wenige breite, dann handelt es sich um eine Natter und sie sind noch lange kein Held. Beide jedoch, sowohl die Ottern wie die Nattern, sind Fleischfresser. Von Zeit zu Zeit gehen sie jagen und suchen nach einer Feldmaus oder einer Eidechse, die sie, sobald sie diese entdeckt haben, angreifen. Da die Nattern keine Giftdrüsen haben, müssen diese eine andere Technik anwenden. Sie müssen ihr Opfer so lange würgen, bis sie es lebendig runterschlucken können. Die abwechselnde Bewegung der Kiefer ermöglicht dem Tier, seine unglückliche Beute langsam, aber unaufhaltsam zu schlucken. Stellt sich jedoch heraus, dass man sich etwas übernommen hat, muss man eben aufhören. Die Technik der Otter ist etwas anders. Um den Unterschied zu sehen, muss man eine wirklich schlecht gelaunte Otter auftreiben und ihr die Stiefelspitze vor die Nase halten. Das Ergebnis lässt nicht lange auf sich warten. Blitzschnell hat sie in das Gummi gebissen und es wieder losgelassen. Während dieser kurzen Zeit ist jedoch viel passiert. In dem Maul der Otter befindet sich eine Giftdrüse, die in Verbindung mit den langen, sogenannten Hackenzähnen steht. Wie bei einer Spritze sind diese Zähne hohl. Während des Bisses, der nur einen Bruchteil einer Sekunde dauert, dringen sie in die Haut ein und spritzen das Gift in das Gewebe des Nagetiers. Ein paar Sekunden lang wird das Tier noch rennen und dann tot umkippen. Die Otter geht ihm nach und findet es dank ihres Geruchssinnes. Sie fängt ihre Mahlzeit beim Kopf an. Eine traurige Geschichte, aber jeder muss essen. Mitten im Winter, im Gebirge noch mehr als im Flachland, sind die klimatischen Einflüsse auf die Tiere besonders stark. Die Kälte, der Regen, der Schnee begrenzen ihre Lebenschancen. Viele unter ihnen, wie zum Beispiel die Vögel, ziehen es vor, Kehr zu machen und in angenehmere Länder im Süden zu ziehen. Die Mutigsten bleiben an Ort und Stelle und finden sich zurecht, so gut es geht. Wenn das Wetter sich wieder etwas verbessert, haben wir jedoch die Möglichkeit, dank des Schnees diesen Hartgesottenen auf die Spur zu kommen und ihre Gewohnheiten zu beobachten. Ein paar Stunden nach dem Ende des Sturms kann man sich auf die Pirsch begeben, um die Spuren von den Tieren zu entdecken, die ihr Versteck schon wieder verlassen haben. Wir fangen in den am leichtesten zugänglichen Gebieten an, das heißt auf freiem Feld, dort, wo im Sommer die Wiesen und Felder stehen. Unsere erste Überraschung, die Spur eines Hasen. Zwei Eindrücke nebeneinander für die Vorderpfoten, zwei übereinander für die Hinterpfoten. Das Ganze bildet eine tolle Linie, die sich in der Weite verliert. Verliert ist vielleicht nicht das richtige Wort. Denn es gibt ein Tier, das sich noch besser als wir darauf versteht, diese Spuren zu verfolgen. Der Fuchs. Er besitzt auch alles, was man dazu braucht. Ausgezeichnete Augen, ein ausgezeichnetes Gehör und eine völlig außergewöhnliche Nase, die ihm erlaubt, die in ihren Gängen versteckten Feldmäuse unter einer 30 cm dicken Schneedecke zu riechen. Jede Fuchspfote hinterlässt eine kleine Spur. Die Kissen und die zwei größeren vorderen Nägel sind deutlich zu sehen. Geht der Fuchs, so befindet sich ein Abdruck hinter dem anderen. Bei Gefahr, wenn er kräftig losspurtet, ergibt es eine Vierergruppe. Ein paar Schritte weiter und schon haben wir uns weit von der Eleganz der Fuchsfährte entfernt. Was mag hier passiert sein? Ganz einfach. Eine Gruppe von Wildschweinen ist hier vorbeigekommen, um nach Wurzeln zu suchen. Der Abdruck ihrer schweren Hufe ist eindeutig zu erkennen, die reinste Unterschrift. Hase, Fuchs und Wildschwein hausen also in dieser Gegend. Wir gehen jedoch noch weiter, in Richtung Tannenwald. Der Wald birgt so manche Überraschung. Die Fährte zum Beispiel dieses äußerst seltenen Tieres. Ein Vogel, der Auerhahn, mit wissenschaftlichem Namen Tetrau Urogallus. Die einzige Möglichkeit, seine eigenartige Waldstätte auszumachen, ist seinen Spuren zu folgen. Sie führen uns weit hinauf in die tiefen Gebirgswälder. Wenn es auch für viele Vögel schwierig ist, im Winter Nahrung zu finden, so gibt es doch einige Tierarten, die in dieser Jahreszeit kaum Sorgen haben. Das Eichhörnchen zum Beispiel, von dem diese kleine rechteckige Spuranordnung stammt. Folgt man seiner Fährte, so kommt man jedes Mal an den Stamm einer Tanne oder Fichte, auf dessen Gipfel unser kleiner Genosse bereits hockt, um zu schmausen. Er hat keine Schwierigkeiten, sich ein Menü zusammenzustellen. Seine Vorratskammer ist immer voll, da er sich hauptsächlich von den Samen der Tannen oder Fichtenzapfen ernährt. Er hält den Zapfen gut fest und reißt behutsam eine Schuppe nach der anderen ab. Dann nimmt er die beiden Samen, schnappt sich die nächste Schuppe und so weiter. Um den Stamm des Baumes häufen sich so nach und nach die Reste seiner Mahlzeiten. Für die grasfressenden Tiere wie Rehe oder Gämsen ist das Leben wesentlich schwieriger. Der Schnee erschwert ihre Wanderungen. Oft müssen sie sich mit Flechten, Mosen oder Rinden begnügen. Verlässt man den Wald wieder, führen die Spuren der Gämse auf einen der nächsten Felsabhänge. Erstaunlicherweise ist dort die Schneeschicht am dünnsten. Es ist also leichter, dort ein paar vom Frost gerötete Grasbüschel zu finden. Bei allen Tierarten haben es die Jungen, die Alten und die Kranken am schwersten, den Winter zu überstehen. Aber diese klimatische Strenge allein, ein notwendiges Übel, garantiert das Überleben der Tierfamilien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017